Gott sei Dank habe ich meine, habe ich Loadstar und Vitor rausgenommen, weil ich glaube auf dieser Map ist das mit den beiden Dingern nicht ganz so praktisch. Wieso bin ich schon wieder der einzige Spawnt Team? Jetzt aber, jetzt mache ich mal hier eine Nuklear. Nehme ich mir jetzt so vor, immerhin habe ich auch die Serien dafür dabei. Ich spiele jetzt nicht ganz so hart auf die Kills, sondern ein bisschen mehr auf Gun-Kills. Ich bin doch nicht blöd, oder? Das ist doch wirklich einer, ja. Da habe ich doch richtig geguckt, Mensch. Na, Teammate, komm, wollen wir mal rausgehen? Was meinst du? Midi, was meinst du, Midi? Okay, wenn du sterben willst, dann mach das halt. Ich decke dich, Teammate, ich decke dich, ich decke dich. Er kriegt dich nicht, habe ich es doch gesagt. Und die Kills, die Punkte mitgekehrt. So macht man das, man schickt seinen Teammate vor, der soll das Ganze dann irgendwie einnehmen und dann komme ich so, wenn es kurz vorm Fertig eingenommen ist. So muss man es machen. Na, ist da noch einer im Zug? Ja, ist immer einer im Zug. Boah, der Typ, ey. Der wird mich auf meiner Serie noch killen. Ich wette, ich werde jetzt wieder so eine 28er-Serie kriegen und dann wird mich der Typ killen. Irgendwelche Bullshit. Aber es juckt mich nicht, hey. Ist mir jetzt egal. Eigentlich nicht, aber ich tue einfach so. Und dann schaue ich mal. Okay, habt ihr jetzt unter der Patrolle hier? Der snipe einer. Nö. So nicht. Sniper down. Na, kommt jetzt hier einer. Nee, mein Teammate steht da. Wieso sind die ganzen Gegner da hinten auf der Seite? Außer der natürlich. Warum auch nicht? Holy shit, der hat mich fast gekillt, ey. Oh, das war knapp. So, ich gehe jetzt mal von hinten ran. Alles gut. War da einer? Ne. Döööö. 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 Ist hier noch einer? Team? Oh, da ist noch einer. Gefährlich, gefährlich. Ich lege mich mal hin und nehme das Ding ein. Dann habe ich 1000 Punkte. Hey, guck mal wirklich jetzt. 1000 Punkte reicht nicht für ein Orbital mit Hardline. Weil ich hab gegen Leute gespielt, die haben mit 1000 Punkten mit exakt 1000 Punkten ein Orbital gekriegt. Das geht gar nicht. Hier, Beispiel A. Ich hab exakt 1000 Punkte und kein Orbital. Voll merkwürdig. Das hat mich damals schon aufgeregt, dass immer mal Leute so... Also ich bin mir nämlich 100% nicht sicher, dass man 1025 Punkte braucht oder 1015 oder sowas in der Art. Naja. Whatever, ne? Ja, innen rum. Die krieg ich sogar. Wetten, der snipet mich jetzt hier. Da sitzt doch immer noch irgendwo ein Sniper rum, oder? Gefällt mir gar nicht, ey. Hab ich keinen Bock auf so einen Scheiß, Mann. Danke. Der Assist hat gereicht. Siehst du dann, also nicht 1025, weil ich hab ja ein bisschen mehr als das. Also irgendwie so eine krumme Zahl. Hm. Na gut. Na, ist einer im Zug? Meine Güte. Die sind... Jeder einzelne Gegner ist in dem Haus drin. Jeder einzelne. Ich hab mich gerade hier vor meinem PC geduckt. So peinlich ist das schon. Ich hab mich... Echt, hier im Real Life hab ich mich geduckt, weil ich so Schiss hatte, dass sie mich killt. So weit ist es schon gekommen. Krieg ich die alle hier? Ich riskiere es, ne? Easy. Hab ich Plünderer dabei? Natürlich hab ich Plünderer dabei, weil ich... schlau bin. Die werden alle hier hochkommen. Hab ich's nicht gesagt. Ist da noch mehr? Ja, da ist noch mehr. Das... Ne, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Die werden mich hier nämlich zu siebt oder so pushen und deswegen... Oh shit. Er wird da gleich um die Ecke kommen. Er muss jederzeit um die Ecke kommen. Na, wusste ich. Team, haben wir das noch unter Kontrolle hier? Es ist so anstrengend gerade. Ich will hier nicht sterben jetzt. Vielleicht kommt irgendwo einer von der Mitte aus und snipe nicht weg, ey. Ich weiß es genau. Ist da hinten einer? Ne. Shit, ey, shit, ey, shit. 23 Sekunden noch. Komm. 23 Sekunden am Leben bleiben. Wir verlieren jetzt A. Oh, Mann. Den roten Punkt hab ich noch gewartet, ey. So, jetzt warte ich noch ein paar Sekunden. Guck nochmal schnell hier raus. Sieht aber alles gut aus soweit. Oh, kacke. Den Sniper challenge ich nicht nochmal, ey. Ich seh nur, wie der da hinten auf mich rauf glotzt wie so'n Typi. Weißt du? Ne, das mach ganz sicher nicht, ey. Oh, Mann. Ich hab grad so Schiss vor den ganzen Sniper, ey. Aber 16-0. Gut. Eigentlich gar nicht übel. Ich hab sogar drei Caps und drei Defense. Geht soweit. Ich mein, es ist ne super gechillte, entspannte Runde, wenn man's so sagen möchte. Aber trotzdem, ne. Vielleicht krieg ich jetzt da ein paar Capture-Kills, wenn ich ein Orbital habe und gleichzeitig auf B gehe. Werd ich noch hoffentlich nicht von allen drei Seiten gleichzeitig weggesniped. Weißt du was? Ich mach's aufs Zunummer sicher. Nehmen das gleichzeitig ein hier. Oh, nein. Er impiert mich. Fuck. Das war die Sache, die nicht passieren sollte. Gott, verdammt. Nehmt den scheiß EMP-Effekt weg. Danke. Wieso hab ich die ES-Korto noch nicht rausgerufen? Das hat mich ein bisschen verwirrt jetzt. Komm. Ich nehm die einen. Steht irgendwo genau da. Das weiß ich. Ich kann nicht viel dabei machen. Ich nehm jetzt jetzt ganz alleine ein Team. Kein Problem für mich. Hab ich gern gemacht, Team. Kein Ding. Man, das ist so Orbital schon wieder weg, weißt du? So schnell geht das dann auf einmal. Jetzt rufe ich mal in die Drohne raus. Ich hoffe, die reicht aus und hat er sich gerade selbst in die Luft gesprungen? Ja, hat er sich gerade selbst in die Luft gesprungen. Ich push ihn. Meine ES-Kort-Drohne pusht ihn. Oh, ES-Kort-Drohne. Kommt er unten? Nein, er kommt gar nicht hier hoch. Volle Konzentration. Wir haben ne Drohne. Lol. Konter-Drohne echt jetzt? Oh nein, es ist so ein Schwitzer reingekommen. Und ich hab keine Gegen-, kein Gegenmittel dafür. Fuck, es ist so ein Schwitzer reingekommen. Shit. Der wird mir eine Serie für Sauen wetten. Er hat jetzt gleich schon Orbital. Er hat ein Orbital, oder? Echt jetzt? Und ich hab in diesem... Er hat ein Orbital jetzt. Wetten. Oh, nehm einmal, wo ich... Ja, hab ich zurückgebrüste. Nehm einmal, wo du kein Dingens dabei hast, kein EMP dabei hast, kommt dann so einer rein. Ätzend, ey. Jetzt wird locker hier einer reinrennen, weil er denkt, dass ich ihn nicht sehe. Was ja auch der Fall ist. Oh man, ich werd aber den Rest mal abcampen. Hat aber keine weiteren Seriener-Typ, oder? Ich hab auch Orbital, so geht das halt, ne? Ich hoffe, er hat keine S- äh, keine Dingens-Drohne. Oh. Orbital gegen Orbital, ey. So geht das. Oh, ho, ho. Alter, dass ich noch am Leben geblieben bin. Nein! Oh, ich hab nicht auf die Map geguckt. Er spawnt da. Oh, ich hasse dieses Spiel für diesen Kack, ey. Er spawnt da. Das tat doch echt nicht nur, dass ich hier noch sterbe. Oh, er spawnt da. Ich war schon mit der Ecke fertig. Ich hab die Ecke schon abgeschlossen. Und dann spawnt er da. Oh. Fuck, ey. Aber ich bin, ich hab, ich hab immerhin, hab ich's geschafft an dem zu bleiben, während er ein Orbital hatte und ne Kontralrone. Bin ich nicht gut. Oder da oben stehen. Nö, 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 nö. Das ist ne ganz blöde Sache, du.